Guck mal, der sucht sich jetzt Fische. Der ist aber noch ein kleiner. Habt ihr das gesehen? Der ist wahnsinn. Wir sind jetzt wirklich auch nicht in so einem Zoo oder sonst irgendwas. Das ist wirklich jetzt Natur. Manchmal lohnt es sich auch mal im Regen spazieren zu gehen. So Freunde von Neuse, jetzt habt ihr mal einen Fischhaier gesehen. Von Ballye Küssig. Von Ballye Küssig, genau. Mach es schon mal gut, ich gucke ein bisschen näher ran. Geh dir noch ein bisschen. Geh dir noch ein bisschen. Geh dir noch ein bisschen. Dann geht's doch mal her. Geh dir noch einen Fischhaier. Ja. Und so nah, ne? Ja. Na gut, dann lassen wir den Hals auch mal rein, ne? Wir wollen ihn dann so unmöglich schrotten. Hier, jetzt habt ihr die Schrauselang gehört. Die Schrauselang gehört. Ja, genau. Aber es scheint schon viel gewohnt zu sein. Ja, auf jeden Fall. Der könnte ja abhauen, der ist hier frei. Der ist frei, seht ihr? Ich habe, da gibt es hier so leckeres zu puttern. Oh, habt ihr gesehen? Ja. Deswegen ist das auch so wichtig, dass die Bäche und die Flüsse und das alles so sauber bleibt. Ja. Weil diese Tiere leiden darunter mitunter. Dann sollte man auch mal denken. Weil die könnte ich das Wasser nicht aussuchen. Ne, könnte ich gar nichts aussuchen. Ja, stimmt. So, dann lassen wir den jetzt auch mal rein, ne? Tschaui. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Teil nicht vergessen. Und liken nicht vergessen. Ja. Und auf die Glocke drücken. Nicht vergessen. Aktiviere schön das Glöckchen. Genau. Dann verpasst ihr auch nichts. Okay. Tschaui. 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 ış